Jetzt bereue ich, die andere Tasche nicht gekauft zu haben. Du hättest es definitiv tun sollen. Wenn mein Vater mir seine Kreditkarte gegeben hätte, hätte ich es getan. Ja, und die goldene Tasche ist so süß. Vielleicht komme ich zurück und hole sie vor unserer New York-Reise. Oh, du hast einen Strafzettel bekommen. Wieder? Wie viel kostet das? Oh, 54 Dollar. Nicht schlecht. Nicht schlecht? Meine Eltern würden mich umbringen, wenn ich damit nach Hause käme. Ja, meine auch. Du weißt, dass das ein reservierter Platz ist, oder? Gegenüber gibt es einen Parkplatz für 5 Dollar. Ich weiß, aber das ist viel zu weit zu laufen. Und meine Füße tun schon weh vom ganzen Tag einkaufen in High Heels. Es ist okay. Ich werde die Kreditkarte meines Vaters benutzen, um dafür zu bezahlen. Er wird es wahrscheinlich nicht einmal bemerken. Du hast schon wieder einen Strafzettel bekommen, Sarah? Nicht jetzt, Mama. Ich bin gerade bei etwas Wichtigem. Du nennst Online-Shopping wichtig? Äh ja. Die Winterkollektionen sind gerade erschienen. Du weißt, wie schnell diese Sachen ausverkauft sind? Was ist das alles? Sag nicht, du hast wieder viel Geld ausgegeben. Mama, ich möchte keine weitere Predigt. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Siehst du, das ist das Problem. Wir haben dich zu sehr verwöhnt. Papa, Mama spinnt wieder. Kannst du bitte kommen? Verrückt? Dass ich dir sage, kein Geld zum Fenster rauszuwerfen, ist verrückt? Papa, was ist hier los? Kannst du Mama bitte aus meinem Zimmer holen? Sie nervt mich. Sie denkt, ich nerve sie, weil ich sage, sie soll nicht so viel Geld fürs Einkaufen und Strafzettel ausgeben. Es ist nicht so schlimm, okay? Ich habe nur einen Strafzettel für 54 Dollar bekommen. Noch ein Ticket? Ist das nicht dein drittes diesen Monat? Sie hat überhaupt keinen Respekt vor Geld. Warum sollte ich mich um Geld kümmern? Wir sind reich. Ihr besitzt das angesagteste Restaurant der Stadt. Warum tut ihr so, als wären wir arm? Jetzt siehst du, du hast sie zu sehr verwöhnt. Lass sie für ihr eigenes Ticket bezahlen und zerschneide ihre Kreditkarten. Das ist der einzige Weg, wie sie es lernen wird. Was? Auf keinen Fall. Ich werde keinen Job annehmen. Und ihr könnt meine Kreditkarte nicht wegnehmen. Papa, bitte, sag etwas. Ich bezahle für dieses Letzte. Aber wenn du noch einen Strafzettel bekommst, bist du auf dich gestellt. Danke, Papa. Du bist der Beste. Natürlich ist er der Beste. Er gibt dir alles, was du willst. Und wie steht es mit dem Einkaufen? Wirst du Sarah dazu etwas sagen? Versuch weniger auszugeben, okay Schatz? Natürlich. Kein Problem. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Am nächsten Tag. Ich habe im Laden angerufen, und die haben gesagt, dass nur noch eine goldene Tasche auf Lager ist. Die dürfen die nicht verkaufen. Die wird sicher noch da sein. Du musst nicht so schnell fahren. Ja, du solltest wirklich langsamer fahren. Und riskieren, dass jemand anderes sie kauft? Keine Chance. Ich brauche diese Tasche für unsere Reise. Oh, habt ihr übrigens schon eure Tickets gebucht? Ich warte nur darauf, dass meine Direktüberweisung vom Arbeitgeber kommt. Dann buche ich mein Ticket. Ja, genau so. Ich werde morgen bezahlt. Dann buche ich mein Ticket. Und du Sarah? Ich schaue später im Restaurant meiner Eltern vorbei, und frage sie dann. Ich weiß, dass mein Vater einverstanden sein wird. Nur meine Mutter macht mir Sorgen. Ein Polizist? Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich habe dich gewarnt, langsamer zu fahren. Sarah, der Polizist kommt gerade zum Auto. Warum musst du jetzt den Laden anrufen? Um zu sehen, ob sie die Tasche für mich behalten können. Wenn jemand anderes sie kauft, werde ich so sauer sein. Wie schmeckt Ihnen das Essen? Fantastisch. Es schmeckt sehr lecker. Wie immer. Sie bieten das beste Essen in der Stadt. Guten Appetit. Vielen Dank. Hey, Papa. Hey, Liebling. Einen Moment. Vielleicht noch eine Prise Salz? Sarah, willst du probieren? Nein, danke. Hast du einen Moment? Ich wollte dich etwas fragen. Was ist los? Du weißt ja, dass ich schon immer mal nach New York wollte, oder? Ja. Nun, meine Freunde planen eine Reise dorthin. Und ich frage mich, ob es ihnen nichts ausmachen würde, für meine Reise zu bezahlen. Hast du deine Mutter gefragt? Komm schon, Papa. Du weißt schon, was sie sagen wird. Kannst du das bitte für mich möglich machen? Du hast schon wieder einen Strafzettel? Mama, beruhige dich. Es sind Leute hier. Wir haben erst gestern darüber gesprochen. Und schau mal, sie hat heute einen Strafzettel für 100 Dollar bekommen. Warum durchsuchst du meine Sachen? Sarah, so spricht man nicht mit seiner Mutter. Das ist nicht alles. Sie hat auch noch eine Tasche gekauft. Obwohl sie gesagt hat, dass sie nicht mehr so viel Geld ausgeben wird. Ja, aber die ist nicht mal so teuer. Du nennst 900 Dollar nicht teuer? Das ist alles deine Schuld, Thomas. Sie wird nichts zu schätzen wissen, wenn sie nicht dafür arbeiten muss. Deine Mutter hat recht. Und tut mir leid, aber ich werde deine Reise nach New York nicht bezahlen. Aber Papa, meine Freunde fahren hin. Bitte. New York. Hat sie dich auch nach Geld für New York gefragt? Wir haben all die Jahre so hart gearbeitet und waren selbst noch nie in New York. Gib nicht nach Thomas. Es ist Zeit, die Kreditkarte wegzunehmen. Du hast völlig recht. Es ist zu weit gegangen. Sarah, gib mir meine Kreditkarte zurück. Nein, bitte tu mir das nicht an Papa. Wie soll ich dann für irgendwas bezahlen? So wie wir alle. Indem du dafür arbeitest. Du willst, dass ich arbeite? Zum Glück haben deine Eltern ein eigenes Geschäft. Du musst nicht mal einen Job suchen. Maria, sag mal, wie viel zahle ich dir eigentlich? 20 Dollar die Stunde. Ich zahle dir 18 Dollar. Du kannst sogar jetzt gleich anfangen. Nein, es gibt keine Chance, dass ich hier arbeite. Gut, dann wirst du wohl nichts mehr kaufen. Oder nach New York fahren. Okay Papa, hier ist deine Kreditkarte. Ohne die Kreditkarte ihres Vaters, muss Sarah endlich für alles arbeiten, was sie will. Sie fängt an, in der Küche zu kochen. Dann muss sie das Essen servieren. Sie muss auch die Toilette putzen. Sie muss sogar den Müll rausbringen. Sie versteht endlich, wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Und dann, ein paar Wochen später, bekommt Sarah eine kleine Überraschung. Hey Papa, hey Mama. Hallo Liebling, wie war die Arbeit? Alles gut geht. Wir sind so stolz auf dich, dass du so hart arbeitest. Danke Mama, ich gehe duschen. Warte Sarah, ich habe etwas für dich. Dein erster Gehaltscheck. Wirklich? Wie viel habe ich verdient? 900 Dollar, das ist sehr gut. Ja, fast genug, um eine weitere Tasche zu kaufen. Wow, ich kann nicht glauben, dass ich so viel gearbeitet habe, nur um eine Tasche kaufen zu können. Es bedeutet mehr, wenn man es selbst verdient hat, oder? Ja, tut es. Wartet einen Moment. Ist es okay, wenn ich deine Kreditkarte benutze? Warum? Ich werde alles zurückgeben. Ich habe jetzt verstanden, dass ich das nicht brauche. Wirklich? Ja, und ich dachte, nachdem ich alles zurückgegeben habe, Könnte ich das Geld vielleicht für etwas anderes verwenden? Ich wusste, es gibt einen Haken. Lass mich raten, für deine Reise nach New York zu bezahlen? Nein, das bezahle ich selbst. Was ich sagen wollte ist, Ich kaufe euch Tickets, damit ihr beide mitkommen könnt. Wirklich? Du willst, dass wir mitkommen? Ja, wenn ihr wollt. Machst du Witze? Darüber würden wir uns bestimmt freuen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.